Drei Leute, Alter. Den da knoll ich ab. Schießt die Knarre bloß 40 Meter weit, oder was? Ich verstehe das nicht. Alter. Meine Herren, hört doch auf mit dieser Scheiße. Was? Oh, oh, oh. Hier kommt was an, hier kommt was an. Und zwei sogar. Geschafft. Kaminholzverleih. Moin, moin und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor hier und zwar auf Interchange. Das erste Mal allein. Mal sehen, was dabei herauskommt. Nichts Gutes vermute ich. Mann, 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 Mann. Ich bin auch immer so faul. Zufällig ein. Zufällig Loot entdeckt. Ich bin auch immer so faul. Mal den Offline-Modus zu probieren. Ey, übertrinken kann ich mich nicht beschweren. Allein auf Interchange. Interchange. Alter. Guck dir das an. Drei Leute, Alter. Den da knall ich ab. Wieso treffe ich nicht, Alter? Ich bin da genau drauf. Ach du Scheiße. Ich habe zu tief gehalten, Alter. Jetzt sind die alle weg. Immer noch. Immer noch. Da ist er weg. Da ist er weg. Der Erste ist weg. Der Rennt. Der Rennt. Der Erste ist tot, Mann. Ey, Scheiße. Ich hätte alle drei so schön erschießen können. Wahrscheinlich. Zwei mindestens. Wenn ich Idiot höre. Aber, ey. Schießt die Knarre bloß 40 Meter weit, oder was? Ich verstehe das nicht. Wird das nicht als Scharfschützengewehr? Gehe das nicht als Scharfschützengewehr durch dieses Ding? Dann gucke ich nochmal zurück, ob die schon wieder da sind. Da, zache. Rennt einer rum. Guck, 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 guck. Was klar? Er wackelt mit einem Köpfchen. Wie ein Mann. Jetzt sind sie weg. Scheiße. So ein Ärger. Mann. Könnte ich mich jetzt in den Arsch beißen? Es wären bestimmt zwei Kills drin gewesen. Na ja, erstmal was essen. Ey. Nicht wegschmeißen. Idiot. Da ist es. So isst man. Ich mach mal ein bisschen lauter hier. Alter, macht der einen Lärm. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Kann man das Ding auch nur ausschalten? Hallo? Junge, 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 Junge. Und da fiepst auch schon wieder irgendwas. Wieso kann man den komischen Generator oder was das da ist? Nicht ausstellen. Nicht abstellen. Oh, da ist das nächste Gequieke. Oh, da ist das nächste Gequieke. Was ist denn das? Hat da einer geklaut oder was? Und ist ab durchgerannt durch den Laden, ohne zu bezahlen? Ich weiß überhaupt nicht, was hier gehauen und gestochen ist. Ich weiß nur, hier ist es dunkel wie im Arsch eines wild gewordenen Grizzlies. Ich muss hier raus. Ui. Alter. Ui, 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 ui. Dem habe ich aber die Fresse geballert, Alter. Vom Feinsten. Was sind Spiele? Sag mal, sacke mal. Oh, die Weste nehme ich doch glatt mit. Kniffter. So, ich habe die Schnauze voll jetzt. Ich will hier raus. Man soll sein Glück nicht überstrapazieren. Ich bin... ...zwar nicht oben gewesen in den Läden. Aber ich glaube, das reicht. Ich habe ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot, was ich mit raus schleppe. So, nochmal den Popo eincremen. Mit der guten, klitschigen Vaseline. Der war ja übelst bepackt. Ob ich den abknallen kann? Oh, der ist bestimmt schon raus, oder? Dahinten ist da, glaube ich, der Exit. Das war meine Steps. Oh, ich habe mich jetzt... ...vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Da. Habe ich es doch richtig gehört. Und der hat auch einen dicken Helm auf, oder? Ich habe keine Ahnung. Es sah jedenfalls ziemlich dick aus. Ui, ui, ui. Das wird jetzt ein reicher Ernt. Das wird doch noch reichlich abgeerntet heute. Wenn er wirklich, wie sagt Meierchen immer, Juice, Juice Boy, so einen schönen Full Gear, Heini, dort weggeschossen hat, dann... Ah! Oh, meine Herren, hört doch auf mit dieser Scheiße. Ist das ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Da war der noch drin, Alter. Dieser Spinner. Ich dachte, da ist raus. Ich dachte, da ist schon längst raus. So, Leute. The Surve-List Path. Erwartet mich jetzt hier. Muss ich machen. Weißt du, das ist unprotected, but dangerous oder so. Also, ungeschützt, aber gefährlich. Mal sehen. Ich bin auf alle Fälle übelst, übelst gut gespawnt hier. Ich muss hier fünf Skeps über den Haufen schießen. Ohne einen Body Armor zu tragen. Und besser kann man nicht spawnen, Alter. Gleich hier hinten. Hier laufen sie doch immer rum wie die aufgescheuchten Hühner. Wunderbar. Hier kann man sich echt niederlassen. Aber Skeps lassen sich noch nicht blicken. Da wird geballert. Deshalb, glaube ich... Das ist gar nicht so weit weg von mir, oder? Ui. Ui. Da ist einer. Mann. Komm, komm. Gib. Schieß doch. Ich tue. Ich meine mich selbst. Hey. Daran hätte jetzt schon zu Ende sein können. Junge, Junge. Shit. Der war ja übelst nah, Alter. Junge, neben mir lassen sie sich schon wieder aus. Da läuft er. Da läuft einer. Ist er das, den ich gerade gesehen habe? Puh. Was geht's? Ich wollte gerade sagen. Mann. Scheiße. Hier kommt was an. Hier kommt was an. Alter. Schießt er schallgedämpft, oder was? Ich höre bloß die Einschläge. Wie hinter mir die Schüsse einprasseln in den Baumstamm. Wo ist denn der Sack? Da steht er. Ja. Den habe ich gut weggemacht. Rinnenkopf. Normaler, normaler, normaler. Tschüss. Da fehlen mir, glaube ich, jetzt noch zwei. Und da ist schon. Ich sehe ihn nicht. Also. So, jetzt fehlt nur noch einer. Das läuft ja heute wie am Schnürchen. Mann, auf diese Entfernung schaffe ich es nie. Da läuft er. Oh, zwei sogar. Geschafft. Geschafft. Und sogar noch einen Bonus gekriegt dafür. Ey, die. Alter, die kommen ja heute an, wie die scheiße ausfliegen. Sag ich nicht nein. Geschickt. Wie das listige Stachelschwein. Nähre ich mich meiner Beute. Ja. So. Ey, Alter. Schiffzucker. Er ist nicht gerade. Alter. Was ist denn los heute hier? Wahnsinn. So, die Weste ist meine. Die nehme ich mit. So, weg das Scheißding. Und jawohl. Sorry. Sorry. Sorry oder sorry. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. So, schnell, schnell. Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ich hoffe mal, dass keiner jetzt irgendwo im Gebüsch hängt. Los, schnell. Mein Schatten. Mein Schatten. Der hat geträumt. Der hat geträumt von einem besseren Leben. Kaminholzverleih. Ich nehme 50 Kilo. Aber der Laden ist, glaube ich, bankrott gegangen. Oh, rechtzeitig. Uiuiui. Und es ist offen. Mein Glück, mein Glück. Ich wusste sonst nicht mehr, wohin. Das war echt Zufall. Junge, Junge, Junge. Schöne Sache. 6.000 XP. Die nehme ich doch glatt mit. 5 Skefs soll ich erschießen. Und 10 habe ich. Also doppelt so viel. Das war ja richtig geil. Und wie gesagt, übelst Glück gehabt beim Sporen. Und dass dann so viele Skefs hier kommen, sind wahnsinnig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017